Sehr verehrter Herr Minister Gabriel, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, im Namen der Körperstiftung ist es mir eine große Freude, Sie alle hier im Namen der Körperstiftung zum Berliner Forum Außenpolitik begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass so viele Politiker, Experten, Journalisten hier sind in diesem Jahr zum Forum. Seit sieben Jahren ist das Berliner Forum Außenpolitik zum wichtigsten außenpolitischen Treffen in Berlin geworden. Es ist eine ideale Gelegenheit, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken, aber auch in die Zukunft zu schauen und zu sehen, was auf uns zukommt. Das diesjährige Forum findet zu einer Zeit besonderer Unsicherheit statt, für Deutschland, auch für Europa. 72 Tage nach den Wahlen ist es in Deutschland noch nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Die Jamaika-Sondierungen sind gescheitert, wie Sie wissen, und Berlin hat sich in den letzten Wochen damit beschäftigt, die Rolle des Präsidenten zu definieren, Zahlen zu ermitteln für Minderheits- oder Mehrheitsregierungen, das Parteiengesetz zu lesen und die Parteigelder für mögliche, teure Neuwahlen zu zählen. Und manche Politiker haben sich gefragt, würde es denn Spaß machen, mitten im Winter einen neuen Wahlkampf zu beginnen. In einem solchen Umfeld ist eines sicher, die Außenpolitik scheint weit entfernt zu sein. Doch Konflikte und Krisen stehen nicht still und warten nicht auf uns. Ein Deutschland, das sich rein auf innenpolitische Angelegenheiten konzentrieren, wird Konsequenzen haben für Europa. Und in den letzten Jahren haben wir eines schmerzhaft gelernt. Wenn wir uns von der Welt abwenden, wird die Welt zu uns kommen. Die Herausforderungen sind enorm, die To-do-Listen sind lang. Paris wartet auf eine Antwort hinsichtlich seiner ehrgeizigen Reformvorschläge für die EU. Die EU steht vor schwierigen Finanzverhandlungen und Europa leidet auch unter der tiefen Spaltung zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten. Ganz zu schweigen von den Brexit-Gesprächen. Die Nachbarschaft Deutschlands im Osten und im Süden ist instabil und die transatlantischen Beziehungen und die westliche liberale Ordnung stehen unter schwerem Druck. Die Körperstiftung hat sich verpflichtet, die Rolle und das Engagement Deutschlands zu stärken, zwar in Europa und darüber hinaus. In diesem Moment der Unsicherheit ist es für uns von besonderer Bedeutung, auf die Verantwortung Deutschlands zu verweisen und auf die Erwartungen der internationalen Partner an die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Deswegen freuen wir uns, dass wir Ihnen eine neue Publikation vorstellen. The Berlin Pulse, ein neuer Ratgeber zu den Tiefen und Herausforderungen der deutschen Außenpolitik. Ich denke, die Publikation kommt zur richtigen Zeit und wir freuen uns, Sie hier vorstellen zu können und Ihnen nahebringen zu können, was wir jedes Jahr neu tun werden. Prominente internationale Autoren, Condoleezza Rice, Jens Stoltenberg, Timothy Gartenasch und andere haben ihre Erwartungen an die deutsche Außenpolitik in verschiedenen Regionen und Politikbereichen skizziert. Von der Nachbarschaft Europas bis nach Asien, von der Verteidigung bis zur Entwicklungspolitik. Und ich freue mich, dass einige der Autoren heute hier im Berliner Forum Außenpolitik vertreten sind. Aber Berlin Pulse, da dreht es sich nicht nur um internationale Erwartungen, sondern es geht auch um die innenpolitische Sichtweise auf die deutsche Außenpolitik. Wie in den letzten Jahren haben wir die Deutschen befragt, was sie über unsere Außenpolitik denken, was die Prioritäten sein sollten und wer die wichtigsten Partner sein sollen. Diese Umfrage ist eine repräsentative. Wir haben sie im September nach den Wahlen geführt und ich möchte in einigen Minuten die wichtigsten Ergebnisse Ihnen vorstellen. Erstens. Seit vielen Jahren haben Deutsche und andere Experten gesagt, Deutschland sollte aktiver werden in den internationalen Beziehungen. Die Deutschen jedoch teilen nicht den gleichen Enthusiasmus, wenn es um internationales Engagement geht. Eine zentrale Frage, die wir in den letzten drei Jahren gestellt haben, war, ob die Deutschen mehr Engagement oder Zurückhaltung befürworten. Die Zahl ist bemerkenswert stabil geblieben. 52 Prozent bevorzugen internationale Zurückhaltung, 43 Prozent mehr Engagement. Ein leichter Anstieg für Letzteres haben wir ermittelt. 41 Prozent im Jahr 2016, lediglich 37 Prozent im Jahr 2014. Die Unterstützung für Zurückhaltung ist bei den AfD-Wählern am höchsten 78 Prozent im Vergleich zu 42 bis 48 Prozent bei den Wählern anderer Parteien. Zweitens. Einige Beobachter haben Befürchtungen geäußert, dass die innenpolitische Unsicherheit in Deutschland zu einer Krise für den Kontinent und darüber hinaus führen würde. Die Deutschen sind tatsächlich besorgt über eine Schwächung der internationalen Rolle Deutschlands. In einer Frage, die wir kurz nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche gestellt haben, hat Folgendes ergeben. 47 Prozent der Deutschen glauben, dass die innenpolitische Unsicherheit der Rolle Deutschlands in Europa und der Welt schaden würde. 42 Prozent der Deutschen glauben, dass es keine großen Auswirkungen haben wird. Drittens. Bei den großen Herausforderungen der deutschen Außenpolitik wird das Verhältnis zu den USA nicht mehr wahrgenommen als die größte Herausforderung. 30 Prozent glaubten das und jetzt sind es nur noch 19 Prozent. Aber die Flüchtlinge sind nach wie vor das wichtigste Thema auch in der Außenpolitik. 56 Prozent der Deutschen befürworten eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Viertens. Mit der Wahl von Präsident Macron führt Frankreich die Liste der wichtigsten Partner für die deutsche Außenpolitik an. 63 Prozent. Gefolgt von den USA 43 Prozent. Im letzten Jahr lagen beide Länder auf dem gleichen Niveau. 60 Prozent. Das ist eine deutliche Veränderung der Meinung. Die Mehrheit der Deutschen, nämlich 54 Prozent, lehnt jedoch Macrons Wirtschafts- und Finanzreformvorschläge ab und lehnt es auch ab, einen europäischen Finanzminister einzusetzen. In Zusammenarbeit mit dem Pew Research Center haben wir sechs Fragen zu den transatlantischen Beziehungen auf beiden Seiten des Atlantiks gestellt. Und hier würde ich dem Pew Research Center danken wollen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Das interessante Ergebnis ist, dass der Trump-Effekt in Deutschland sehr deutlich spürbar ist. 56 Prozent der Deutschen sehen die Beziehung zu den USA als ziemlich oder sehr schlecht an. 68 Prozent der Amerikaner jedoch denken, dass die Beziehungen ziemlich oder sehr gut sind. Das heißt, wir haben genau das umgekehrte Verhältnis. Die Amerikaner sind sehr viel optimistischer, was die transatlantischen Beziehungen betrifft. Alle weiteren Ergebnisse finden Sie in der Berlin Pulse. Vergessen Sie nicht, Ihr persönliches Exemplar mitzunehmen. Sie finden die Ergebnisse auch elektronisch auf unserer neuen Webseite, theberlinpulse.org. Und weitere Umfrageergebnisse werden wir im Laufe der Konferenz präsentieren. Stimmabgaben, Umfragen sind schwierig, aber sie sind ein entscheidendes Instrument für Entscheidungsfindung. Die wichtigsten Fragen stellen wir jedes Jahr aufs Neue und so können wir Ausreißer und zugrunde legende Merkmale unterscheiden. Wir hoffen, dass die Außenpolitik sich weiterhin begründen kann auf einen Konsens in der Bevölkerung hinsichtlich der Rolle Deutschlands in der Welt. Condoleezza Rice hat geschrieben im Berlin Pulse, die Zeiten, in denen die Menschen den deutschen Aktivitäten im internationalen System nicht trauten, sind längst vorbei. Wir brauchen andere Akteure als die USA, um eine internationale Rolle zu spielen. Die Frage ist natürlich nur, welche Rolle sollte Deutschland spielen in Europa und darüber hinaus? Timothy Gartenasch hat in The Berlin Pulse geschrieben. Deutschland sollte der zentrale Akteur in Europa sein, das Team zusammenhalten, irgendwie ein Spieler wie Sintian oder Franz Beckenbauer. Für die Fußballfans unter ihnen ist es wahrscheinlich klar, dass Sedan sich sehr unterscheidet von Beckenbauer. Sedan ist Mittelfeldspieler und Beckenbauer war Verteidiger und hat eigentlich hier die verteidigende Rolle immer eingenommen. Herr Minister Gabriel, wir wissen, als Sie jünger waren, waren Sie weder aggressiv, also kein aggressiver Mittelfeldspieler, Sie waren auch nicht zentraler Verteidiger. Sie haben irgendwie einen linken Verteidiger gespielt. Heute möchten wir gerne von Ihnen als Experten hören, wie Sie die Rolle Deutschlands sehen, eher aller Sedan, eher aller Beckenbauer oder eher aller junger Gabriel. Es ist toll, Sie heute hier zu haben. Danke, dass Sie die Eröffnung unserer Konferenz übernehmen und ich danke dem Auswärtigen Amt für die exzellente Zusammenarbeit. Herr Minister, Sie haben das Wort. Applaus 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 Applaus